recht herzlich willkommen zur 152 folge von towns ja letzt mal haben wir uns um waffen gekümmert dass wir da noch was hier produzieren werden aber irgendwie sah das jetzt so ein bisschen mager aus da ist alles leer und da sieht es genauso aus also da müsste noch mal mehr passieren wir haben hier noch mal die sachen hier angestoßen dass das abgebaut wird kerzenmagen bis hierhin fertig ich weiß gar nicht mehr wie weit es hier unten war aber ich glaube hier sind wir auch schon an der richtigen stelle unterwegs gewesen genau da kommt so schon ein händler glaube diese laterne da die steht falsch wie machen wir das dann macht ihr erstmal unlock und dann holen wir uns die wieder rein daneben so und dann ist diese 2312 natürlich auch verkehrt unlock noch mal wieder so und so ne da warte mal kann die dahin ja gut dann machst du dahin auch gut jetzt ist der händler wohl da lass mal reingucken dann bringen wir uns lauter waffen aus holz ich glaube da brauchen wir nix nehmen holz ist höchstens eine hose vielleicht weil die immer wieder nötig das gotten bieten in a cage die nehmen wir auch noch mit der arme können frei lassen oder wir haben aber nichts hier zum tauschen oder auch gar nichts und cola aber auch keine also erledigt das weiterlaufen dieses müssten wir jetzt gerade mal weg machen steht schon dann können wir die auch anlagen und alles ist gut wieder 1 2 3 1 2 ja dann muss dieser dann auch wieder daneben händler so jetzt wird die dahin gebracht die ist dann richtig und dann müsste die natürlich auch einen rüber machen wir auch noch dann holt er die weg und passt dann oder so dann können die anloggen jetzt bauen wir mal noch hier eine mehr hin die kommt dann dahin sollte passend sein die schon weg 3 6 das bedeutet da muss eine kerze dahin die kommt da weg die ist richtig und hier muss die hin dahin passt oder so dann ist das hier schon mal richtig da ist noch eine meyer lecker zu 1 2 3 1 2 3 da müsste eine hin das gefällt mir jetzt gar nicht manage stop fall man jetzt schon mal mit dem ich wir wollen die verändern ich glaube das ist der in denen machen wir dann da ja das wäre jetzt iron gut und hier meine stop fall raus sollten das da alle rüber bringen eigentlich ich muss man dann gucken ob das so ist kommt gerade keiner die sind alle hier am essen machen oder was ok wie sieht es überhaupt so aus mit der produktion zwei brote fünf äpfel keine bieren ein bisschen schwach ok da wird gearbeitet drei leute sind dabei auch gut das lager wird schon leer geräumt der kann auch destroy stockpile machen da kann man sogar machen dann geht es vielleicht auch schneller oder so ne weiß nicht ob das jetzt weg kommt oder nicht an der hier unten ist er ja auch dann passt das ja schon mal die kerze war an lockt und die richtige kommt dann dahin müsste so sein müsste eigentlich passend sein die können wir auch anloggen dann lieber richtig da muss eine hin ist die frage eine normale ich weiß nicht ob es jetzt genommen hat oder nicht wenn wir gleich sehen ins licht wird ach da ist ein green gel ist da dann machen wir nochmal einen stockpile ach so den müssen wir erstmal haben ich glaube der ist ist der auch hier drinnen könnte sein sehen wir gleich manage stockpile und green gel kommt dann da rein und hier der stockpile kriegt kein green gel mehr dann wird das hoffentlich umgemacht den können wir eigentlich auch dann schon destroyen und dann muss das nur rüber getragen werden alles okay das ist irgendwo anders weg geholt worden nicht mehr hier auch schön müssen wir auch schauen wie soll er fertig werden dieser stockpile ist natürlich auch ne weiß gar nicht was das für einer ist den können wir erstmal angucken ne da kommt die red kommt da rein wohl dann lass den mal destroyen und wir machen den nochmal neu warte das war dann der ne ist das so richtig ich glaube ja manage den passt so der ist weg der wird auch schon umgebaut keine ahnung wohin aber er wird weg gebaut ja hier ist es so dass das auch weg könnte dann ne das ist mobile ja destroy stoppile und wir machen da aber einen neuen hin der dann größer ist ja ich glaube der ist sogar so richtig wenn ne passt da man jetzt schon mal das darf da rein das darf da rein und einmal gerade durchblättern ne das möchte ich da nicht rein machen der tisch könnte da auch rein ich glaube noch ein tor hier ne der stuhl kann da rein ach so wir können das kopieren alles klar die zwei sachen müssen ja nur rüber der rest passt ja schon eigentlich ach guck mal das ist auch weg wunderbar die kerzen müssen darüber jetzt muss dahin die kann anlockt die ist dann auch verkehrs kann also auch anlocken und da muss eine hin die ist dann auch verkehrt weg die ist noch immer nicht dahin gekommen weil da wohl wahrscheinlich was lag der green slime war da zuletzt ne jetzt müssen wir mal gucken ob da was hingebracht werden mal kerzen stehen momentan ja genug rum und da ist er auch schon angekommen gut so 1 2 3 1 2 3 das heißt da muss wieder eine hin shift hast du mal diesmal drücken ne und stellen wir da eine hin die kann weg die kann auch weg so das heißt wir sind bis zum wald rund sozusagen erstmal da auf der stelle fertig so steine haben sie bekloppt aus dem keller geholt ja jetzt kriegen wir immer solche felder hier ne die ist da an der falschen stelle die arena sitzt auch an der falschen stelle auch cool ne guck mal das eine bett ist schon rüber getragen worden das müsste woanders hin tja ist viel arbeit ne das wir da noch haben gerade so ruhig ne isst keiner was 3 0 2 essen ist wieder knapp ne wie sieht es hier mit unseren leuten aus ich glaube wir haben welche verloren wenn ich das mir so angucke ne aber hier müssen wohl rüstungsteile drin gewesen sein da steht einer vor oder ne doch nicht da ist sowas drin spider helm ist da auf jeden fall drin waffentechnisch ist nix gut was stimmt da grob 1 werrex ok naja da fehlt es jetzt immer noch ne gut das würde ja bedeuten wir könnten das hier mal auch destroy stockpile machen holen uns einen neuen der dann hier 6 groß ist und 6 x 6 ist dann passt das schon mal kerzen kommen dann dahin aber da müssen erst die plätze frei für werden naja da muss ne kerze hin 3 1 2 ich glaube da muss auch ne kerze hin und dann kann man gleich noch einen machen aber warte mal oh wir müssen sofort manage stockpile machen ja stone 2500 steine ne ich glaube die haben die jetzt nur rausgelegt kann das sein weil die da nicht rein durften auch interessant und und jetzt muss das da so hin oder einer zu groß fast und wenn wir das schon haben wenn wir das schon haben dann machen wir hier noch ein händer ja so 36 36 und manage stockpile und die steine können da rein so dann haben wir auch was zu tun dann kommen auch schon welche die da sachen reinbringen ne der hat eine keule in hat ich wollte warum bringt der da holz rein war ich gerade am überlegen oh die holen die steine sonst wo weg diese hier sind jetzt gar nicht dran ne auch interessant ne ok dann sind wir hier schon mal ein stück weiter und wenn die die 2500 natürlich aus dem keller holen dann groß mahlzeit ne aber wir haben auf jeden fall welche hier oben denn gut hier ist auch so ein fasslager food konnten wir dann hier jetzt auch war das überhaupt eingestellt ja ne oder nö äh ist vielleicht auch falsch aber ist richtig ne ist richtig ne oder ne ne war falsch schnell die steine wieder ausmachen das war für grünes gel passt ja die holen jetzt die steine aus dem keller ne gut ok hier sieht es mit rüste auch schon wieder zwei verloren ja weil die wahrscheinlich in den keller gelaufen sind ne und da unten das machen und happiness ist wie viel 39 ok das muss wieder besser werden aber ich denke wir sind erstmal damit gut bedient hier das so zu machen oh wir haben da nichts mehr ausgewählt das heißt das können wir auch noch machen ich glaube wir machen mal so und dann machen wir den auf jeden fall noch ne meinen hat er gemacht ne weil das ist wohl noch ein höher ja passt schon close menu gut dann haben die aber auch erstmal wieder genug zu tun wenn nicht sogar schon zu viel und ich würde sagen für die folge soll es dann auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020